Tipps zur Aufbewahrung So frierst du Brombeeren richtig ein Erster wasche die Brombeeren gründlich unter kaltem Wasser, um Schmutz und Verunreinigungen zu entfernen Zweite, lasse die Brombeeren gut abtropfen und trockne sie vorsichtig mit einem sauberen Küchentuch ab Dritte, lege die Brombeeren einzeln auf ein Backblech, sodass sie nicht zusammenkleben Stelle das Blech für ca. 1-2 Stunden ins Gefrierfach, damit die Brombeeren vorfrieren können Vierte, nachdem die Brombeeren vorgefroren sind, kannst du sie in luftdichten Behältern oder Gefrierbeuteln einfrieren Achte darauf, die Beutel oder Behälter möglichst luftig zu verschließen, um das Eindringen von Luft und damit die Bildung von Frost zu verhindern Fünfte, beschrifte die Behälter oder Beutel mit dem Datum des Einfrierens, um die Haltbarkeit im Auge zu behalten Sechste, die gefrorenen Brombeeren können bis zu einem Jahr im Gefrierschrank aufbewahrt werden Beachte jedoch, dass sie nach dem Auftauen schnell verbraucht werden sollten, da sie schnell an Qualität und Geschmack verlieren können